Nina von Couple on Tour ist gerade nach Hause gekommen und man wünscht denen ja eigentlich mal ein bisschen Ruhe und ein bisschen entspannten Alltag, aber bei denen ist einfach so viel los. Jetzt waren sie unterwegs und wurden einfach mal beklaut. Aus dem Auto raus die Kreditkarte. Da habe ich bei der Bank das dann direkt sperren lassen und dann hat der mir schon gesagt, dass die Kreditkarte eingelöst wurde, um bei Zerano einzukaufen und bei Volt einzukaufen mit polnischer Währung. Ganz ehrlich Leute, warum macht man sowas? Was soll das? Verstehe ich auch nicht. Also wenn man vor allem sieht, dass da auch ein kleines Kind, sag ich mal, ist, also man hat ja erkannt, man klaut nicht, also man nimmt auch nicht einfach irgendwelche Sachen einfach weg, also auch noch geplant, also es muss ja geplant gewesen sein, wer tut sowas? Wer macht doch direkt mit, geht mit der Kreditkarte einkaufen und so, das ist ja dann schon... Da muss man sich ja dann schon auskennen, also weiß man ja jetzt nicht einfach so, weil ich würde es jetzt nicht, wenn ich irgendwo eine Kreditkarte irgendwie finde, würde ich jetzt nicht damit einkaufen. Dann war ich ja da bei der Polizei, als Angezeiges muss ich mich erstmal darum kümmern, dass wir das Geld... Ja und hoffentlich kriegen wir das Geld wieder.